Was ist das Sprichwort von Heinz Rühmann? Natürlich kann man ohne Hund leben, es lohnt sich nur nicht. Tja, für mich als Tierliebhaberin und Besitzerin eines Hundes und eines Pferdes ein echt wahrer Spruch. Man sagt ja auch, wenn Tiere dabei sind, werden Menschen gleich menschlicher. Bei vielen Menschen gehört sicher auch aus diesem Grund ein Haustier zur Familie. Egal ob Hund, Katze, Pferd und Co. Speziell für unsere vierbeinigen Freunde hat Forever das Aloe Veterinary Formula mit der Artikelnummer 30 entwickelt. Ja genau, auch für mich ist unser Kater, der hat übrigens den lustigen Namen Schlumpf, ein echtes Familienmitglied. Und natürlich ist die Pflege unserer Haustiere genauso wichtig wie unsere eigene. Schließlich leben wir ja auch zusammen unter einem Dach und bisweilen schläft der Schlumpf auch auf dem Bett. Das Aloe Veterinary Formula ist ein Spray, das speziell zur Pflege, Reinigung und Schutz unserer Vierbeiner entwickelt wurde. Richtig. 80% reines Forever Aloe Vera in Verbindung mit Allantoin machen uns die Pflege und Reinigung der Lieblinge einfach. Zum Beispiel nach dem Waschen meines Hundes sprühe ich das Veterinary Formula komplett auf das Fell auf. Es gibt einen wunderbaren gepflegten Glanz und das Fell lässt sich im Anschluss sehr leicht ausbürsten. Ja, aber auch zur Reinigung zum Beispiel von verschmutzten Ohren oder gereizten Augen ist es wirklich super. Dazu verdünnen Sie das Aloe Veterinary Formula allerdings am besten mit etwas Wasser. Ja, das ist wirklich sinnvoll. Was ich perfekt finde ist, dass es gesprüht werden kann. Das ermöglicht gerade an Tieren eine perfekte Handhabung und es ermöglicht auch ein sehr hygienisches Arbeiten. Ich kann mir das Veterinary Spray im Umgang mit meinen Tieren wirklich nicht mehr wegdenken. Und es ist immer bei mir dabei. Im Stall, auf der Koppel, beim Spaziergang, wo auch immer. Es leistet mir stets wertvolle Dienste. Also ein sehr wertvolles Produkt im Umgang mit unseren geliebten Vierbeinern. Das Aloe Veterinary Formula mit der Artikelnummer 30. Es besteht aus 80% reinem Aloe Vera Gel. In Kombination mit wertvollem Allantoin ist zur Reinigung und Pflege und Schutz gleichermaßen geeignet. Perfekte und hygienische Handhabung durch die Sprühfunktion. Genau. Wie viele Menschen kennen denn Sie, die ein Haustier besitzen? Teilen Sie diese Information mit anderen. Es werden Ihnen nicht nur die Menschen, sondern ganz besonders auch die Tiere danken. Teilen Sie diese Information mit anderen.